Wir können den Gruppenführer Fägelein nirgendwo finden. Er ist nicht in der Bunkeranlage. Wir können den Gruppenführer Fägelein nirgendwo finden. Was soll das heißen? Sie können Fägelein nicht finden. Dann suchen Sie ihn eben! Unter ein ausgerechnet Himmler! Wir können den Gruppenführer Fägelein nirgendwo finden. Das ist der schlimmste Verrat von allen! Ja, ist das jetzt wahnsinnig geworden! Das ist der Versager des Achmarazons! Wir können den Gruppenführer Fägelein nirgendwo finden. Dieser Morphinist hat die Korruption in unserem Staat möglich gemacht! Aber dafür müsste man ihn an die Wand stellen! Ich melde, der Führer ist tot. Mit ihrem eigenen Blut wird sie bezahlen! Sie werden es saufen in ihrem eigenen Blut! Feiglinge! Verreit! Ein Versager! Um sich zu autorisieren, behauptet er, ich werde krank! Ja, vielleicht schon dort! Was hat er daraus gemacht? Verrat! Verrat! An meiner Person! An meiner Person! Das bleibt mir im Raum, Keiter, Jodl, Krips und Bokter. Wir können den Gruppenführer Fegelein nirgendwo finden. Verrat! Ich will Fegelein sehen! Seven days. Dann müsst ihr die ganze Luftwaffeführung sofort aufringen! Was soll das heißen? Sie können Fegelein nicht finden. Entsuchen Sie ihn, ich will Fegelein sehen, sofort! Wenn er sich ohne Befehl entfernt hat, ist das Fahnenflucht. Verrat! Verrat! Fegelein! Fegelein! Fegelein!